Bei der Oberhauswahl in Japan hat die Regierungskoalition von Ministerpräsident Fumio Kishida ihre Mehrheit in der zweiten Parlamentskammer ausgebohrt. Kishidas liberal-demokratische Partei LDP und ihr Juniorpartner Komeito errangen zusammen 76 der zur Wahl stehenden 125 Mandate, berichtete der Sender NHK am Montag nach Auszählung der Stimmen. Die LDP allein baut ihren Anteil demnach von bisher 55 auf 63 der zur Wahl stehenden Sitze aus. Die Wahl stand unter dem Eindruck eines tödlichen Attentats auf den früheren Ministerpräsidenten Shinzo Abe. Der langjährige Regierungschef und einflussreiche Politiker gehörte wie sein Zögling Kishida der LDP an. Das Ergebnis könnte es Kishida ermöglichen, die pazifistische Verfassung Japans zu überarbeiten. Ein Vorhaben, das dem ermordeten Ex-Premier Abe verwehrt blieb. Kishida im Auftrag des LDP, den Berg神era. Kishida im Auftrag des LDP. Kishida im Auftrag des LDP.